Lass mich überlegen, lass mich überlegen, Moment, ich komme gleich wieder, ich komme gleich wieder. Nein, 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 das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Aber ich habe da etwas, wo mir wirklich Sorgen macht. Ich habe ein Lied eingeübt, Cendrillon après minuit, auf Italienisch. Nein, Moment, Moment, kein Applaus, es ist eine Debakel. Mein Italienisch ist, was heisst, Ridicule, auf Bernd Deutsch, auf Baseldeutsch, Ridicule ist La Piche, La Piche. Mein Akzent ist Läppisch. Aber jeden Abend, bevor ich das Bett gehe, nach dem Zahnputzen und dem ganzen Zeug, was er macht, übe ich das Lied, und das heisst jetzt Cenerentola a mezzanote. Und ich würde jetzt gerne euch das hier, man macht sich das Leben ja einfach, man ist ja gefilmt zum Beispiel heute Abend, ist alles viel einfacher. Ich möchte euch gerne ein Lied auf Italienisch singen, Cenerentola a mezzanote. Und mein Lehrer, Max Gazet, ich hoffe, dass ich ihn heute stolz auf mich mache. Ist das Deutsch? Ich hoffe das. Ich möchte, ich möchte... Max, j'aime bien que tu apprécie ma version de Cenerentola a mezzanote. Okay. Oh! Also, das ist nicht einfach. Also... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Nessun'ombra sulle tende, nessun fremito di vela che vogliamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte che speriamo, che vogliamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte come un'illusione, un fantasma sul tuo letto, breve apparizione di un destino imperfetto non abbiamo imparato niente, abbiamo sbagliato tutto, complimenti veramente, per noi l'applauso è giusto che speriamo, che speriamo, che vogliamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte che speriamo, che speriamo, che speriamo, che speriamo, che speriamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte Cancellerò il tuo nome, e non ti chiamerò, è finita la passione, e adesso me ne andrò che speriamo, che speriamo, che vogliamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte che speriamo, che speriamo, che vogliamo, sorpresi dalla sorte, come c'è l'evento la mezzanotte a mezzanotte, a mezzanotte Grazie 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 Grazie